Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zum Thema Kuhn Exiles Battle Pass. Ja, im Hintergrund könnt ihr die Herausforderung schon sehen und zwar geht es heute um Löwen. Löwen besiegen zwei Stück eine seltene Herausforderung für 70 XP und zwar befinden wir uns hier in K, ja an der Grenze zwischen 5 und 6. Das ist hier in der Nähe von den Docks von Neukemi auf der rechten unteren Insel und wie ihr bereits sehen könnt, hier ist einmal ein kleiner Boss als Löwe, ne, zwei kleine Bosse als Löwe, die könnt ihr töten und da hinten ist noch ein kleines Löwlein, was jetzt gerade davon laufen möchte. Den könntet ihr rein theoretisch einsammeln oder eben auch für die Quest erledigen, das müsst ihr dann wissen. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, hier laufen überall Menschen rum und ansonsten habe ich hier, glaube ich, noch keinen Löwen gesehen, es sei denn, die sind ein bisschen weiter oben, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich schaue nochmal einmal auf der Rückseite, also diese zwei Bosse auf jeden Fall, die könnt ihr hier erledigen. Andere Löwen habe ich soweit noch nicht gesehen, da oben sind übrigens noch ganz viele Gorillas, sehe ich gerade, aber Löwen kann ich bis auf die beiden Bosse leider keinem mehr entdecken, wenn ich hier so rumlaufe. Wenn ihr noch eine weitere Stelle habt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare, doch hier unten ist noch ein Löwe. Der wäre ja fast an der gleichen Stelle, der ist jetzt hier zu finden. Also wenn ihr ein bisschen rumlauft, da findet ihr schon auch Löwen, die jetzt keine Bosse sind. Und es ist auch sehr, sehr viel Gärmittel hier. Ja und da sind wir jetzt wieder an den Bossen. Da hinten, was war denn das gerade für eine Aktion? Das ist auch ein normaler Löwe gewesen. Also hier findet ihr auf jeden Fall auch normale Löwen neben den zwei kleineren Bossen. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt mir doch gerne ein Like nach oben, beziehungsweise einen Daumen nach oben und schaut euch auch gerne meine anderen Kunden-Exiles-Battle-Pass-Videos an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Vergiss mal. Bis zum nächsten Video.